Das ist normal, glaube ich. Wenn ich die jetzt... ... und die jetzt... ... und die jetzt... Du sprichst mir aus der Seele, mein Freund. Ich habe Diablo für die Xbox, ich habe Diablo für den PC und ich habe Diablo für die Switch. Ich habe jetzt einen privaten Raum erstellt. Ihr seht es wahrscheinlich denn und könnt mir denn joinen, oder? Ist es so? Also ich das gerade gemacht habe. Ist es richtig? Kannst du dir wieder was aussuchen? Und du? Ich bleibe Yoshi. Du auch? Ich auch. Du kannst entweder einen Raum erstellen, ein Turnier machen oder einfach online spielen. Okay, na, ich will hier mit euch zusammen spielen. Also ich habe jetzt einen privaten Raum erstellt und dann... äh... ... leunt ihr mir einfach rein, ja? Ich wechsle noch meine Warten. Diablo ist ein... ... ist ein... ... also... Ich spiele Diablo schon seit 2012. Und es soll was heißen, eigentlich. Es gibt nicht viele Spiele, wo ich auch immer wieder von Null anfange. Also fast gar keins. Außer WoW noch, aber... Ja, macht halt immer wieder Spaß, wa? Ja... Sind wir jetzt? Ich weiß das gar nicht. Ich hatte doch mit Computer eingestellt. Sind wir noch so viel, oder? Nee doch, der Rest ist auch da. Der Herr Heisen darf es auf dem 1. Und der ist schon so weit weg, ich sehe ihn noch nicht mal. Kann er nie mal abschießen. Ja, der schießt auch gut. Du bist 6er, Scheiß. Das ist Herr Heisenberg. Das letzte Mal, wo ich Mario-Cut gespielt habe. Der N64. War super. Also ich glaube, es gab kein Mario-Cut, was nicht super war. Also mein erstes war auch ein Super-Inkender. Das war noch so richtig... Richtig platt. Aber der N64 war ja, also meiner Meinung nach, auf jeden Fall auch eine Revolution. Ich habe ihn leider nie besessen. Meine beste Freundin damals hatte ihn. Und wenn wir bei ihr mal abgehangen haben, haben wir immer N64 gebildet. Mario Kart, Mario Party, Mario N64. Das war richtig toll. Ich hatte als nächstes ein Gamecube. Aber den habe ich auch beliebt. Allein schon, weil es halt einfach ein kleiner Wuppel war. Das war total voll cool. Da habe ich dann damals, wie ein Irrer. Ich habe ja schon, mein erstes Zelda war ja auch bis auf dem Super-Inkender. Und dann hatte ich ja halt Zelda, der das auf dem Gamecube gespielt ist. Ich glaube, Windbreaker war das ja. Das war super. Zweiter. Haha, toll. Ich hätte auch keinen, bin immer zu guter. Ja. Na ja, früher als Jugendlicher, da gab es ja nicht so viel Geld. Ich weiß, aber ich hatte, nach meinem Super Nintendo, habe ich mir dann eine Playstation 1 damals gekauft. Bist du der Mann mit der Krone oder was? Nein. Ich dachte, du bist schon am Start. Aber nächste Runde kannst du nicht fahren. Musst du schon mal am besten reinjoinen. Ich glaube... Ich schaue dir zu. Wunderbar. Ich schaue dir zu. Ich schaue dir zu. Wo sind sie nur geblieben? Wo? Wo? Ja, Stachel. Ich geb dir einen blauen Stachel. Jetzt kriegt den ja nicht. Ich bin ja nicht erster. Ich bin der Schweizer. Ich bin wieder groß. Guck mal, jetzt gibt es eine Makete. Ich hoffe, Jungs, ihr habt wahrscheinlich alle schon den Pro-Controller. Aber wir müssen leider noch mit diesen kleinen Mini-Morschels rumspielen. Was total anstrengend ist. Schwierig. Schwierig. Trinkt nichts. Trinkt auch nichts. Ich hatte keinen Witz. Ich bin eine Blanche. Oh oh. Das ist schlecht hier. Ah, was ist denn das? Jetzt häng ich hier in der Grafik fest. Nein! Ich bin... Ich bin... Ich glaube, ich bin... Ich bin ein bisschen weiter. Ach, ich wollte gerade sagen, wie ein Fuchs fährt vor mir? Wie ist denn das? Aber das ist ja meine... Das ist ja Alina. Die fährt ja auf den Dings hier. Es gibt zweimal den Fuchs jetzt. Der Doppelfuchs. Ah! Hilfe! Ich bin untergeflogen. Hey! Wir sind am gleichen Platz, nur dass ich vorgewinne. Ja! Ey! Ich war das. Ich war das. Nein! Oh, das ist ja schlecht für mich. Sieht da. Ey, Leute. Komm, ey. Ein Stern, wie uns noch eine Rakete wäre wohl drin gewesen, wa? Ja. Ich hab ne Rakete. Krieg mal... Das gibt's doch nicht. Jetzt hab ich einen Stern. Oh, ich hab ein paar Paarste. Verdammt. Ey. Ey, ich hab dich überholt. Ja, toll. Du bist besser als ich. Mit den gelben Runden, das bin ich. Ich bin da. Hey, komm, ey. Gleich. So, jetzt. Winterchen, ach. Ich komm, na. Ich nicht runterfalle. Ah! Nein! Ach. Ich glaube, da vorne sehe ich. Ich hab da ganz, ganz vorne jemanden gesehen, Rolo, Alter. Oh, jetzt hat er sich unsichtbar gemacht. Ganz fieser. Entschuldigung. Ich hab da mit meinen Panzern abgeschossen. Nein! Ah! Nee, und nochmal. Alter. Das geht hier gar nicht. Ah! Ah! Ich glaube, ähm. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Was ich mache? Ich weiß es auch nicht, was ich hier mache. Ich bin einfach nur, dass dieses Rennen hier schnell vorbeigeht. Ich bin dann hier. Ja, das ist die erste! Ich bin dann auch. Ich bin dann auch... Der Schwachste. Der Schwachste. Der Schwachste ist genau der Letzte. Nee, der Schwach ist genau der Erste. Nein, der Schwachste ist genau der Erste. Scheiße. Gibt's doch nicht! Kickt euch denn eigentlich! Komm einfach nicht! Was machst du denn? Ja, ich mach gleich einen Tanz hier. Oh, jetzt? Und? Alle mal klein machen, Leute. Man bringt mir gar nichts. Trotzdem noch Seta. Oh. Leute, wer ist der erste von euch, hä? Wer rockt die Strecke hier von euch? Oh, nicht schon wieder. Ich bring doch hier kein Pils. Oh. Der Fuhr ist vorne. Gibt's doch nicht. Ah. Neunter. Bruno, dritter. Anni, habt's voll drauf. Ey, ihr kackt bei dieser Regenbogenstrecken immer ab. Immer in einer Strecke genau. Oh, nichts eingesammelt. Wer ist denn? Wer war das? Ist genau. Das ist ein kleines Wachstum. beide gleichzeitig getroffen ne ich muss ja leider auf mein display ich hab mir gesagt, wenn der schönes hat in der Dunia mitgespunnen ein reise nicht schau Jürgen Brüllo Hat mich der Geist geagert. Oh, und runtergefallen. Der Blitz kam ja mal wieder richtig hier liegen. Also, runtergefallen, dass es ganz schön oft ist. Wieder. Warum springt alle Raffine immer mit mir? Und ich will dir mal. Sie misst ja ruhig. Oh, nein. Nein, nein. Das macht es ja nicht mehr. Nur ein Witz. Vierter, ja, Bro, du hast nicht geatet, dass du überholt. Nein. Ich bin wieder hinter dir. Ich bin wieder angehört. Ich bin wieder. Vielen Dank.